ja das hätte ich sein müssen mit dem ganzen tier klar soll ein bisschen spannend bleiben seine attribute kann man nicht zurücksetzen oder hier fuck 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 ich hatte bisher nur live geskillt und kann sagen das bringt gar nichts live bringt auch nichts ich habe halt gehofft alter der raptor lebt immer noch ja aber nicht mehr lang die leichen nicht fressen dürfen befüllt mal die pflanzen wieder wenn er können da stehen keine mehr der kanu der kriegt halt immer wieder live weg wenn er euch frisst da kann man ja auch nichts gegen ändern das war das letzte er ist auf dem kanu geritten los der hängt gegen wir fast kaputt wieso macht er den moonwalk raketenwerfer müssen die ganzen türme vorne hier wieder aufladen auftanken alter wer hat mir denn meine ganze muni hier gemobst und wieder bombe langsam glaube ich dir das nicht mehr der alpha hat mich zerlegt mit meiner gun zusammen da hab ich den kasten einmal gelootet nein das ist richtig wie viel lag hier deine tasche noch hier vorne lock ihn doch hier zu dem einen turm ganz vorne hin wo die ganzen autotorrets stehen ja das bringt nur nichts wenn die leer sind da ist ein paar noch munition ja ich fülle die gerade auf aber die sind noch nicht voll genug ja ist der bald auch direkt wenn der mich einmal wirklich trifft ich glaube ich glaube auf diese distanz ist doch mit der raketenwerfer nix ey das ist mach doch immer so komischen moonwalk ja wenn er von raketen getroffen wird dann wird er zur seite geschlupst ja dann kann ich ja mal mit den sachen reparieren gehen alle hier hinterkommen boah jetzt aber boah alles leer bombe wird einfach von seinem turret runter gekriegt man der stirbt aber auch nicht alter das war nur ein ersatz turret aber mit 50 schuss so man stirbt jetzt pass auf lauf kaputte ihr dürft euch nicht fressen lassen ey das checken die glaube ich nicht boah lauf wie wir den nicht kaputt kriegen ausleidon geh auf deinen turm hoch ich bin auf den turm oben oder nein nein war auch noch ein kano ich wollte doch nicht mit dem reiten das ist nicht deiner du kannst du nicht mit dem sattel reiten mann nooo lass mir doch auch mal ein kano reiten wie ohne kraften material ja dann sollten wir mal fahren so jetzt fahren wir hier oben haben die schon wieder keine mehr ich auch nicht mehr ich hab gar nichts mehr alles munition aber ich glaube die nächste wave kommt dann bald eine minute und keiner hat mehr irgendwelche munition ich hab's euch gesagt es war euch zu einfach habt ihr gemeint ne hat keiner was habt ihr gesagt nur dass wir schneller wachen sollen das habt ihr gesagt lass doch einfach die taube füllen nein ich glaube irgendeiner sagt ja wirklich das wäre zu einfach aber egal lol warum bin doch nicht mehr auf den turm jetzt drauf drauf auf den turm ja jetzt müssen wir mal gucken wo meine sachen waren schieß shadow schieß ich glaub sabrina hat sachen gefunden ich hab ne idee die nächste welt ist glaube ich macht die ganzen türme kaputt gerade naja sicher weil da einer drauf sitzt ne nein die ähm automatischen wenn jemand meine leiche findet sag mal bescheid alpha t-rex hab ich komme ja 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 ich bin fett ich bin fett jetzt holt chris die geilwaffe ja ja jetzt kommt chris wird gleich wieder sterben ich sehe das kommt ja auch chris ich will mal meine sachen noch holen alter der kano ist doch nicht mal tot ja ich hab gar nichts mehr nicht mal mehr irgendwas zu reparieren ja warte matze bin zu oft gestorben ey chris hinter dir ist der warte alpha t-rex ne oder war teba und stirbt jetzt darf nicht matze lock dich mal weg damit man seine leiche holen kann naja das wäre nämlich nicht schlecht wir auch mein zeug erstmal haben chris da kommt der kano ist tot den kano hab ich ja grad gekillt ja aber hier hätte man noch der alpha rex rum ey äh richtig der rex ist groß genug dass er uns runter beißen kann hast du gemerkt doch oder ja der ist einfach hin, zieht uns an, beißt uns runter vom turm ich hau's auch bemerkt so sachen holen matze kannst du loslassen nö aber jetzt drop matze was kannst du loslassen ich hab gar kein krafty material mehr kann nichts reparieren keinen einfach auch noch dann müssen wir das hier hin warte der kommt wir schießen doch immer auf die was kommt danach die brutmutter ne wir brauchen den skorpion jetzt aber den dürfte ich nicht rein holen der will, der interessiert sich überhaupt nicht für meinen skorpion ja das ist doch schön ne das ist nicht schön ich treff den ja nicht au ne lass uns halt mit skorpion über seelen fahren wir haben ja nicht mehr munition also ich jedenfalls nicht um überhaupt irgendwie ein deal zu töten lassen was geht danach kommt brav matze halt den mal fest der ist doch ein bisschen high gerade durch die raptor aktion ne die chestbit habe ich schon also ich bin da ausgestimmt oh join matze wo bist du jetzt beim halver der hält auch nicht still alter würd ich auch sagen der interessiert sich nicht so Warte, wie willst du denn den Down kriegen? Komm nicht mal ran mit meinem Skoglone. Weil wir keine Pflanzen mehr haben und nix. Aber jetzt kitt ich einen Eimer und dann ist er wieder weg. Warte, auch mit dem Walk-It-Long-Tolerant. Warte, ich brauche das zu. Ja, wenn du das hast, wäre es gut. Vorsicht. Wo bist du? Beim Mörser. Dann komme ich nochmal. Warte, ich komme da nicht mal ran, das ganze Knicken. Also ich habe meine Sachen jetzt auch gerade bei mir. Ja. Ich glaube, bei den Tilos ist wieder einer vorbei. Du möchtest dich nehmen? Ja. Dann respawnt nix. Danke, ich versuche mal zu reparieren, was ich kann. Ja, aber wenn Dilo bei den Raptoren drin ist, glaube ich. Wofür? Ich habe die Tür nicht zugemacht, mate. Das war nicht ich. Bei den Raptoren ist einer drin. War zum Zweck. Also Matze, ich krieg den auch nicht. Geht mal alle aus der Arena. Ja. Ich glaube, das war's für dich. Also die sind auch wieder neu gespawnt. Ja, jetzt ja? Aber hier sind trotzdem zwei Stück drin. Ja, lenkt den mal ab da. Ich komme nämlich nicht ran. Der ist viel zu schnell. Der hat doch da mal eine Pflanze hin, Matze, jetzt. Ich habe eine Safe Position gefunden. Na, ich habe es gesehen. Nennt man das jetzt wieder Bug-Using? Wenn man gerade taktisch überlebt. Ja! Ist das euer... Ihr seid solche Hellen, ohne Witz! Was ist da jetzt draußen? Was ist da los? Er ist draußen. Regi, warst du das? Das war jetzt Checkpoint. Jo, ich versteck mich, tschüss. Was, er ist draußen? Ja, sicher! Ja! Ben, I'm spawned. Ihr seid so Helden, ey. Ja, okay. Das kannst du jetzt knicken. Ne, knicken wir da nie wieder raus. Ähm, Matze? Matze? Ja. Kill den. Nein, Matze. Ja. Der hängt im Wasser jetzt so. Ja, ist raus. Der hängt im Wasser. Der ist über mich gelaufen. Ist raus. Keiner neu spawnen, wenn er tot ist. Doch, jetzt können sie. Hast du betäubt, oder was? Nein, der kennt sich. Du kannst kein Alpha betäuben. Arena wieder auf. Alter, das ist Tromber. Das war klemmert. Er hat wieder rumgedreht. Kommt jetzt aber. Kommt zurück. Alter, mal ein Dino. Ein Hit. Die komplette Rüstung kaputt. Dich gerade. Der zweiter Hit tot. Macht denn der, ey? Ja, weil hier Leute rumlaufen. Da laufen alles Leute. Er ist da drin. Fast, fast, fast. Der soll einfach festbacken. So, jetzt bleibt so. Nicht bewegen. Ah, jetzt hat er sich bewegt. Matzo, du hast da angeschossen. Alles grün. Jetzt grün. Tür, 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 Tür. Der wäre aber schon tot gewesen. Nein, gar nicht. Boah, wer lässt denn da schon wieder von den Deals die? Alter. Bomba, ich hab dich. Hier. Super. Wir brauchen jetzt alle noch die Zeit. Hier. Kill den jetzt, Matzo. Los, hau, schieß drauf. Da lasst du auch, Muni. Bin ich. Dankeschön. Bitteschön. Der Blut tut doch noch der Waffe. Egal, Hauptsache der geht kaputt. Weil den krieg ich ja niemals. Den kriegst du nicht mal mit dem Skorpion, weil er die ganze Zeit rumzappelt. Kann er auch Perzid killen. Nee. Dann tötest du ja die anderen Sachen auch mit, oder nicht? Nach den 2 Minuten kommt irgendwie auch die Brutmutter. Nee, er kann ihn ja mit Kill töten. Dann killt er nur den. Nix. Wenn ihr könnt, baut mal bitte wieder Pflanzen. Weil die sind jetzt richtig wichtig. Ja, mit Wasser. Wir haben keine Materialien. Klingt da fest. Okay, er ist tot. Oh, und ich hab nichts gekriegt. So ein Scheiß. Oh, ich hab malhin schon mal. 14 Seelen wieder. So. 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 Wo haben wir den Cropplot? Ganz unten, ne? Bist du dich aber wo? Das. Schau mal in den Mörder rein. Guck mal, ob man Samen machen könnte. Ich mach die Pflanzen. Ist der Alpha jetzt tot, oder? Ja. Brauchen die denn? 150. Mach jetzt 4 Pflanzen. Ähm. Im Cooking Control. Ach, schieß. Oh, warum sind hier die los? Alter. Hat da schon wieder einer die Tür aufgelassen? Die hab ich doch gerade Zug gemacht. Ach, schnell. Irgendjemand hat die wieder aufgemacht. Raptor. Raptor. Schieß mal einer. Ich kann nicht selber schießen. Ab. Okay. Weil sonst töte ich mich. Lässt du das Problem auch los? Wär vielleicht besser. Ja. ja. Wenn du in der Rüstung schon wieder voll im Arsch ist. Boah, Leute. Das Lustige ist, dass die Leute bei den Dilos mehr Munition verballern, als sie Dinos wert Claudias, Da sag ich ja. Ihr kostet 5 kraftigem Material. Ja, dass du da für nur eine Rakete reinhaust, dann geht das ja noch. Aber wenn du da irgendwie dreimal mit der Shotgun drauf schießt, dann ist das... Ja, Verschwendung. Deswegen schieß ich mit dem Raketenwerfer rein. Denkt dran, die Pflanzen sind grad wichtiger als Autoturrets. Die machen die Dinos wenigstens langsamer und wir treffen die. Am Boden brauchst du dich nicht hinstellen, da kommen die zwei leicht ran. Die gehen voll schnell kaputt. Ich hab mit beiden jeweils 100 reingetan. Ja, ist so doof, dass man die jetzt farmen kann. Wavecom, Leute. Oh, was gibt's denn? Die Brutmutter. Oh, geil. Das könnte ja witzig werden. Die kackt jetzt erstmal spinnen. Geil. Haben wir keine Pflanzen? Nein, aber keine Samen. Doch, ich hab jeweils 100 reingetan mit beiden. Dann schalt's ja auch an. Oder du musst dich auch richtig einstellen, ne? Ach, das ist ich. Ich kenn mich damit nicht aus. All targets einfach. Naja, ihr macht das. Wir hatten sich jetzt auf meine Position gestellt. Die Pflanzen schießen nicht. Doch. Doch, jetzt. Ach, Rishi. Aha, aha. Aha. So ist das. Gleich sind die Pflanzen wieder kaputt. Ja, vielleicht sollte man die Platze weiter hinten hinstellen und nicht ganz vorne. Oh nein, ich bin betäubt. Und was denn? Oh, dieses scheiß kleinen Spin nicht mehr zu sterben. Vor der Brutmutter. Also, noch lieg ich nicht. Ja, hast du mit der gezüngelt? So richtig schön nah ran. Ich hab schon wieder keine Muni mehr. Die läuft jetzt schön langsam. Schön, Granaten. Guck mal, der Aketenwerfer hat sich grad verabschiedet. Bam, 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 bam. Meine Aketenwerfer ist kaputt. Ja, meine auch. Das ist oft die Spinnen. Ach, hier auf T-Bahn gehen. Ich bin, die hol doch mal weg. Gabax hat auch... Ne, Carsten hat ja auch einer. Jetzt mal eine Muni bau, ne? Hat jemand das Level von ihr gesehen? Ne. Ne. Von wie ich bin, kriegst du nicht mal Crafting-Material. Ne. 68. Wow. Okay, das kommt bis jetzt... Die ist nur 68, los! Das kommt jetzt ein Weichen da oben, ist die doof. Das kommt mit was wir alles da draufhauen, Alter. Das ist eh kracht. Ja, aber das ist doch mal eine Herausforderung. Das ist halt ein Boss, Mann. Und alle irgendwie versuchen, in der Nähe zu bleiben, das... Ja, ja, Resi! Eigentlich muss ich dir jetzt kicken für Bug-Using. Warum was soll ich denn machen? Ja, der ist da, wo ich vorhin war. Ja, der ist da, wo ich vorhin war. Der hat da eine Turret hingestellt, dann wo man eigentlich nirgends nicht hochkommen würde, ohne... Da kommst du hoch. Du kannst einfach hochlaufen. Ja, aber es kommt kein Dino hin. Doch. Der T-Rex ist mir ja gefolgt. Naja, nicht wirklich. Er hätte es aber geschafft. Boah. Aber er würde nicht hochfahren, Mann. Da ist aber auch keine Muni mehr. Gabax, pass auf, da ist eine Spinne oben. Wo denn? Wieder... Wieder runtergefallen. Lock die mal weg von den Autodingern. Boah, da kommt eine Spinne. Wie lange überlebt die denn? Die fluchtet noch nicht mal. Obwohl die flucht sowieso nicht, war. Äh, war Boston? Keine Ahnung. Es ist teilweise besser, wenn man unten auf die Erde schießt, ne? Weil... Der Radius macht mehr Schaden als... Ähm... Die Explosion selber. Erstmal... Boah, spinnen ja. Die schießen nämlich die ganze Zeit... Ja, aber wenn du dir das direkt in die Fresse haust, dann kriegst du doch beides ab, oder nicht? Nein. Das ist ja das. Ist genauso, wenn du auf Foundations direkt schießt, macht das weniger Schaden, als wenn du daneben schießt. Okay, der Radius, also die, die Welle macht mehr Schaden. Oh. Doch, ist wirklich so. Ist er ausprobiert? Haben wir doch... Ja, ja, haben wir schon ausprobiert. Ich muss erst mal die Spinnen wegmachen, die lenken die ganzen Pflanzen ab. Oh, oh, ich glaub, die Pflanzen sind langsam leer. Deswegen sag ich ja. Kackst du wieder neue Spinnen, kann das sein? Ja. Hier. Naja. Zu viel. Standardleben mal 30. Ist halt ein Boss. 500.000. Ich glaube, ich werde nicht reichen, so viele Raketen, wie da schon draufgegangen sind. So, letzte Rakete. Letzten Nahkampf. Die scheiß Spinnen, aber auch von der, die machen die ganzen Pflanzen leer. Alter, was die aushält. Ah, die Pflanzen sind alle, glaub ich. Eine hier schießt noch. Wir schießen auch die Kleinen hier, aber. Ah. Wann die Große eigentlich gehittet? Oh Gott. Die hat sich ja umgedreht. Wir gehen da mit einem Heim drauf. Ich war, ich wollte gucken, ob man die auch trifft von unten, aber. Oh, hier sind kleine Spinnen. Vorsicht. Ach, ja. Uh. Die ist halb down. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, aber die hat mir was. Was? Die ist halb down? Halb erst. 2.420.000 live hat sie insgesamt. Wie viel? Sag mal laut. 2.420.000. Sag das mal laut in den Dings, wie viel die hat. Ich bin eingeschlagen. Die Brutmutter hat insgesamt 2.420.000 live. Das ist doch gar nichts. Das ist doch gar nichts. Ja, ich hab hier noch Raketen. Hier drüben. Loki. Ja, aber dann kannst du ja auch... Warte, wo wäre ich auch, weil der müsste das Ding kaputt zum Schmeißen von den Dingern. Wumschmeißen drüber? Nee, ja. Ja, aber gut. Da musst du ja mein Zeug hängen. Aber Sekunde, wenn die doch schon erst bei Half-Life ist, dann... Wow. Darf man niemals. Irgendwie fliegen Dinger da durch. Hier ist ne Spinne dabei, die haben wir 150 live. Ich glaub, das Problem war wirklich diese kurze... Raptor-Pause. Das mit den Raptoren, ja. Das hat so viel Muni gekostet. 115.000. Du hab jetzt nicht mal mehr Neues spät. Ach, Matze. Was? Deine Raptoren. Ich hab nur Anweisung von Chris kam. Ach, Matze. Das war kacke. Das haben andere auch schon gesagt. Wo eigentlich der Ding drin ist? Naja. Der war doch nicht tot. Oder? Werde. Ja, Skorpion. Ahnung. Keine Ahnung. Was mit ihm unterwegs? Keine Ahnung, du mit ihm gemacht hast. Vorzeitgedächtnis, weiß nicht. Ist der hier gestorben? Hast du nicht zuletzt mit dem gegen den Alpha gekämpft? Meiner eigenen Rock'n'Lounge haben auch viel mehr Schaden. Ja, und hab gesagt, den... Oh, rauf mit mir schwer. Steht er. Nee. Weißt du, wo der hin ist? Wo denn? Matze hat den bestimmt mit vernichtet. Na klar. Was? Döhe. Er gibt mal ein paar Raketen. Doch, seitdem ist er weg. Welchen Schied hast du? Du ja nach dem... Nach dem Ding, ähm... Hättest du ja nicht mehr gehabt, nach dem T-Rex. Was hast du denn eingegeben? Ja, was hast du eingegeben? I kill. Und ich stand genau... Und ich stand genau dahinter. Ja, nachdem der T-Rex geschoben ist, gleich das Skorpion weg. ja ich glaube ja steht sie noch drinnen haben wir das sehen wir haben noch steinpfeiler ich glaube dass ich da findest du nichts da gibt es so viel todesmeldung ja ich habe jetzt noch 13 schuss ich habe gar nichts ich habe meinen letzten holzsperr schon auf die geworfen das war's ich habe auch nichts mehr Klick 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 Stell dir mal vor du hättest dein holzsperr geschmissen und sie wäre gestorben das wär episch ja definitiv ich hab nichts mehr zu essen verdammt ja was machen wir jetzt jetzt hat kein oh da kommt schon der Affe okay äh lüchte mal eben kann man schlecht erkennen ich glaube nicht mal gucken ob die sich gegenseitig platt machen nein bitte ne machen sie nicht da würde ich nicht drauf ne machen sie nicht gib mal alle aus der arena am besten die wollen eh auf das die wollen eh auf den gleichen drauf gehen aber die kommen alle auf Darlay ja der rennt jetzt weg der Kotentürke ja ich geb auf leute ganz ehrlich raus da alle aber lass sie nicht raus rückzug doch der Affe wird heute nix mehr ja ich würde sagen wir machen die Tür zu ey ja aber echt der letzte lässt sie wieder raus wir haben ja noch vorbereitet gewesen irgendwer lässt einfach noch die ganze Türen auf von Richtig ist noch Ripp er hat Richtig halt Pech gehabt ist doch eh nackt ja hol mal dein Zeug wieder und lass die Türen offen also Leon hat jemand noch Fleisch ich verhunger gleich für dich? ja hab ich hier für dich? ja eigentlich schon ausnahmsweise bin am Lagerfeuer jetzt lass das Torpfer zu wir kämpfen sich nicht gegenseitig glaube ich jetzt müssen wir erstmal hier das an der scheiß Spinne platt machen ey ich hab noch einen Halsspeer äh ne leider nicht aber guck mal in die ähm Smitties rein da müssen was sein boah ich seh grad Kauß wollten wir doch vorhin nur ein bisschen Action machen und dann hat keiner mehr zu euch ja weil der eine Rappto einfach so scheiße lange gelebt hat ey ja hab ich alles für wir können es ja so machen dann wird es erlaubt das Dinosaurier zu boah ja toll womit denn? ja ohne Seelen es bringt nichts wir können doch jetzt Dinos tödeln holen Skorpion machen ganz viel was soll denn es bringen? der Affe tötet dich One-Hit vom Dinosaurier und der Affe kehrt dich One-Hit vom Dinosaurier oh ich bin Kaugeger gerade ja es bringt nichts mit dem Rocket Launcher hier bei den Dings rein zu sprayen das bringt nicht genug ihr verballert hier halt mehr Munition als äh deswegen dann lasst die Raptoren lieber machen och lauf doch nicht vor mich abwechselnd schießen würden ja doch jedes Mal verschwende ich Munition dadurch dass ich irgendwelche Leute abschieße oh Leute ja die da hinten geht mal aus dem Weg hier da wer macht den Dinosaurier ey ihr wollt mich doch verarschen ey jetzt hab ich mich schon zweimal selber beschädigt die Dinos bringen nicht ach gammal naja einer ist besser als gar nichts würde ich mal behaupten ne also ich mein ja deswegen mit irgendwas müssen wir ja ihr müsst mal ein bisschen nachdenken ob eure Rocket Launcher Munition nicht mehr kostet als die Seelen die ihr rauskriegt aber wenn wenn einer reinschießt und alle daneben stehen kriegt man definitiv mehr Seelen raus richtig weil jeder seine Seelen kriegt also der hat hier einen Raptor getraut und ich hab immer noch kein Essen ich verrecke gleich ja wo bist du denn was hat deine Essen Alter Gabax ich hab fünfmal gesagt komm her hier bist du doch hier Mann genau guck mal hinter dir Ach Gabax Alter wer ey wer rüppelt da denn M&M das ist M&M der ist bestimmt M&M's warum warum lässt der eigentlich hier ne komplette Rüstung fallen irgendwie Aua 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 gewenkt ja ich glaub der geht der haut ab glaub ich hat irgendeiner vielleicht Essen für mich wär sehr nice ich meine ganze Rüstung fast im Arsch weil ich mich drei mal selber angeschossen hab ja da ist ein Holzspeer so da ist immer noch da ist auch noch was zu essen da ist noch ein Raptor der steht hier das ist ungünstig ich glaub er agiert deswegen will jemand mal die Tür aufmachen dann kann ich da reinschießen nein wer will das soll ich Gabax wir haben mein Zeugrabarrieren dann schieß ich da rein ist keiner ja da war nirgz ah zu spät ich seh schon das das ist ein Zeugrabarrieren Gabax jagt sich gleich in Luft ich seh das ach ja sorry aber Pascal steht die ganze Zeit im Weg da kann ich nix machen da kann ich nix machen sooo oh Gott nur bis zur Hälfte werfen Holzspeer auf ihn ja pfff danke danke das nehmen wir jetzt erstmal Rüstung aus der Bank überhaupt was anhab wo sind die jetzt da habt achta der läuft raus der läuft raus der läuft raus dann machen wir doch mal die Tür zu solange wir hier kämpfen wer hält der denn aus warum stehst du oben da ah der blutet aber schon 3 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 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 So hätt ich mal wieder ein paar hundert Seelen Irgendjemand hat jetzt grad davor einen Tealer rausgelassen Ich werde jetzt Bug usen Obwohl, das bringt's nicht Hier ist auch noch ein Wolf bei den Raptoren drinnen Ich hoffe, dass wir nicht stehen am Lecker Komm Dieser blöde Diller, kämpft doch Oh, jetzt haben sie sich hauptes Effekt gelockt Der spielt schon wieder aus, ey Der Giga kommt jetzt gleich Und die machen sich ja nicht gegenseitig weg, wahr? Kann sein, dass der Giga vielleicht gegen die kämpft, aber Wer macht dann den Giga? Ey, sag mal Leute, kann man sich hier vielleicht mal absprechen? Der eine redt bei den Dilos rein, der nächste bei den Raptoren Der übernächste redt bei den Wölfen rein Ich und Chris machen das Richtige Ich warte... Gar nichts, oder? Sorry Abwarten Ja, jetzt hat der Pascal den Raptor rausgelassen Ja, dann zieh mal zu, wie du mit dem zurechtkommst Ja, das war's, ich hab keine Muni mehr Ja, toll, jetzt red er weg, super Sache das Ja, okay Doch, jetzt läuft er genau zur Base Doch, er wird's crafting Material Ey, warte Alter Mal gucken, dass ich auch noch genug hab, um den Raketenwerfer wieder ganz zu machen Der Giga ist da, mal schauen wieviel Life der hat Na super Den schaffen wir niemals Der hat nur 62.000 Ach so, das ist ja easy Scheißvieh der will ja Dann ist ja alles gut, ich hab mir schon Sorgen gemacht Warte, noch bis German hier das macht Und dann... Wer hat die Mutmutter? Ja, das gehört noch irgendwas mit 800.000 Den Aßen müssen wir weg, einer selbst die Luft gejagt Ey, hier ist ja schon wieder ein Wolf unterwegs, was soll denn der Kack? Der besteht zu nah an den Explosionen Der ist von uns vorbei Die hoff... スpacht nach Schlaat nach Ja, ja auf jeden Fall Da ist nur die ganze Rufnur Rewilds, ich bin fast tot Ich meine, vielleicht sollten die Leute mal aufregen hier da und irgendwelche Dinos raus zu holen What! Hä, wo war der? Der Dilo, der guckt hier durch BTF Oh ihr Huren Wo kommt der Giganto her? Der kann drüber beißen Der kann drüber beißen Tolle Kombo auf jeden Wer hat den denn da hingezogen? Ich kann ihn von hier sogar angreifen Weil alle Wölfe auf mich fixiert waren Warum auch immer Krieg ich niemals da raus Nee, ich bin zu den Alphas irgendwie rein katapuliert Da komm ich auch niemals hin Ja ist klar, da kommt der erste Wolf schon raus Hä, wo ist ja meine Leiche Matze, willst du mir grad helfen? Die einzige Möglichkeit die wir jetzt noch haben Die Seelen wieder sammeln und richtig Seelen farben mit irgendeinem Tier Alter, ich hab 50 Seelen da drin jetzt Matze, geh mal kurz bitte zu den Wölfen Ah, nein, oh Scheiße Ich muss erstmal meine komplette Rüstung über hier Gehört Matze? Bringt die ab Chris Ja, ich wollte eigentlich den Kopf für 100 Tausend bringen Ach, der überlebt da eh nicht, oder? Ja, lass doch mal ein paar Alphas raus da hinten, genau Alphas? Wer lässt jetzt wo Alphas raus? Oh Mann, ich will doch meine Sachen haben, die scheiß Wölfe Keine Fresse Keine Fresse Und ich hab mich versehentlich bei den Raptoren gerade in die Luft gesprengt Deswegen soll Matze ja kurz mal zu den Wölfen kommen Weil hier liegen echt viele Sachen drin Fangen wir mal wieder bei Null an Ja, wer ist denn da schon wieder rein, gerade bei den Wölfen Also, es ist... Wir haben die gekillt, aber... Können die mal weggeben von der Eingang? Wenn du da runter schießt, kriegst du Schaden und machst die ganze Rüstung kaputt Haben wir gerade ausprobiert Okay Hier würden die Leute nicht schießen, würden sie zu mir kommen, die Wölfe Schießt mal nicht mehr auf die Wölfe, bitte Wo sollen die denn wissen, dass wir ihn ablenken? Ja, ich muss meine Sachen denn hinkommen Ey, ich hab schon 50 Dinger Kann man hier mit helfen bei den Raptoren? Da steht noch ein Wolf Wo ist der mit den Raptoren? Ja, sie belagern meine Leiche Bist du da reingerannt, oder was? Matze, hier sind noch Wölfe zwei Genau beim Eingang, ja Ja, dann macht man mal die Tür auf Ich bin hier oben drauf gestorben Ja, ich muss da rein ins Alpha Gehege So, mach mal die Tür wieder zu, wäre schön Ja, warte, da ist noch einer Ahhhh Ich muss auch ins Alpha Gehege wahrscheinlich, oder? Falsche Ah, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll Und dann wieder rauskommen Genau das, was wir am Anfang gesagt haben, was nicht gemacht zu werden soll Wird jetzt alles gefolgt Naja, wir kommen ja nicht weiter Sonst wird das Spiel vorbei, ne? Ja Lies die Wölfe ab, wo Matze steht Guter Schuss Oh, lol Komm ich hier raus? Oh mein Gott Ahhhh Nein Nein Nicht so rumschreien Wer macht denn da Selbstmord? Meine Leiche ist schon wieder weggebackt, ne? Das kann doch nicht wahr sein, das ist jetzt das dritte Mal Ich hab mich mit selber weggesprengt So, wie viele Seelen habt ihr jetzt? Nicht genug Ich bin jetzt gar nichts mehr Genau das Ding hab ich gesagt, ich spiel nicht mit, weil ich genau wusste, dass das passieren wird Was denn? Was denn? Was denn, wenn du wieder hinten turnest, kriegen wir keine Seelen Ich mach doch gar nichts, ich soll sie nur ablenken, dass ihr das ein Zeug wieder bekommt Ja Aber es geht jeder nach oben und springt ins Alpha Gehege sozusagen rein Ey, wenn ihr da oben beim Alpha Gehege mit Raketenwerfern nach unten schießt, kriegt der Schaden Nur dass das wisst Ne, ne, ich hab noch einen Schaden bekommen Matze, kannst du mal gucken, ob meine Leiche weg ist? Jetzt muss auch meine Sachen da ran kommen Wer zum Geier hat mir jetzt einen Raketenwerfer geklaut, Bomber Oh nein Ja, ich hab eine rausgenommen gerade Ähm, kann das sein, dass man gar keine Seelen kriegt, wenn man die mit dem Raketenwerfer killt? Doch Weil ich habe gerade drei Wölfe gekillt und ich habe keine Seelen gekriegt Macht durch Dinos, wenn er kann Du warst so weit weg vielleicht Loll Matze Boah, wer hat mich jetzt hier runtergeworfen Das war ein Wolf Ein Wolf Ach, ist klar Jetzt hab ich auch gar nichts Matze, kannst du mir gerade helfen? Ohhhh Ohhhh Matze, du musst mal die Alphas ablenken Das hat mich hinten gesagt, zu den Alphas Ja, das ist ein Wölfe zu Ja, das war ein Wölfe Oh nein Matze Matze Längst du die jetzt gerade nach hinten weg? Matze, da ist aber auch noch einer am Eingang Kannst du den auch mal mitholen? Ich muss vom Eingang auch raus Ja, klömer, klömer die Wölfe unter mir mit dem Raketenwerfer Und ne, wir cheaten nicht Ups Boah, was hast du denn gemacht? Ups Ha Matze, Sonne Lupus Ja Ach komm Ja, wir triffst du die Da sporen die Neue Äh, Matze Woll Ich hab aber nur noch zwei Schuss Ähm Matze, komm hier Ich bin hier Vor dem Raptor-Gehege bin ich gestorben, aber da ist keine Leiche Also ist die unter Irgendwo runtergepackt oder so wieder? Ups Ich mein soll ich noch da arbeiten? Das wär jetzt echt ungünstig Das wär das dritte oder fast vierte Mal Dass ich alles verliere, dass es nervt Alter, aber er rettet sich dadurch das Eifer-Gehege Ja, ich weiß auch nicht, dass jedes Mal meine Leiche verschwindet Komplett Ich muss da rein Ich hab gar kein Teich herholt Irgendwie wird hier grad der Ausgang belagert, ey Oh shit Oh scheiße Wer hat denn die Tür zugemacht? Ja genau, ey, das war so schlau jetzt Oh, ey Matze, bist du noch beim Wölfen? Nö Nö Aber hier ist jetzt nur ein Wolf draußen, den kriegen wir Ja Die Wölfe, oder die Was er sein Equipment aufnehmen kann Ist ein Skorpion besser oder ein Raptor? Raptor, da kommst du wenigstens rein in die Ja komm, wir holen uns jetzt ein Raptor an Ich hol mir auch einen Ich hol mir einen Raptor jetzt Alter, unter mir finden mich belagert sechs Wölfe Hilfe Jetzt Christa, komm Wolf, hör Chris Boah, ich bin jetzt grad am allererde Matze, meine Sachen sind irgendwo im Raptor-Gehege Der hat den Wolf da hochgelockt Er ist da hochgerannt, To Aber hat noch jemand, hat noch jemand Seelen? Kommt mal bitte dann mit alle euren Seelen, hier hinterher Dass wir mal ein paar Tiere machen können Und dann können wir nämlich mit den Tieren ins Gehege Dann holen wir uns Raptoren oder sowas, damit wir doch da rein passen Und dann können wir Seelen farmen Tadam Ich muss erstmal mein Zeug wieder rankommen Gehört der Raptor dann einem selber ja, gell? Ach ey, Laprina Oh, da hat sich schon Raptor gut Ahhhh Seelen, Seelen Was hat der eigentlich verliert? Ich hab einen Schellen Braucht noch mehr Sachen aus dem Alpha-Gehege Müssen da weg, ich muss da durch Ähm Muss noch jemand Sachen aus dem Alpha-Gehege holen Kann das machen? Ja, ich Aus dem Wolf-Gehege Ah, dann hast du die Tieren? Nee Hier Aus dem Raptor-Gehege brauche ich das Brauch glaube ich auch noch Seelen Ich hab 83 Wo bist du denn? Lauf da drauf Hm? Oder soll es dir die hier geben? Aha Was? Wir sollen das Cave betreten Jo, danke Hä? Weil der Dodorex im Ding drin ist Ne, da stand gerade Defeat Sind die alle tot? Was kostet denn so ein, Alter So ein Raptor kostet 140 Boah Äh, 150 Ich hab mir grad einen geholt Ich hab mir grad einen geholt Ja Da ist wieder ein Diverwolf Vor dem Gehege von den Alfen Ihr habt einen gemacht, ja 2 haben wir jetzt Ach verdammt Also ins Wolf-Gehege kommt man nicht mehr ran Hab zu vergessen Doch, mit Raptoren Hat noch jemand Seelen? Hat noch jemand Seelen? Äh, Chris, wo bist du denn? Ich hab auch noch Seelen Ja, ich hab auch noch Seelen Aber ich komm hier nicht raus Weil der Diverwolf davor steht Ich hab nur das Gefühl Chris, dann räumt da mal auf Und dann kann ich meine Seelen noch holen Dann können wir noch was holen Dankeschön, reicht aber noch nicht Wo sind die? Bin drin Ich hab 96 Seelen die ich dir geben kann Ey, Bomber, Finger weg von meiner Leiche So, jetzt fahren wir mal ein paar Seelen Okay, das ist die leere Leiche Wo ist die volle? Oh, nur der 90er nur Na, ich müsste da mal eine Kiste Ach, den Koch, den ich vermutet hatte Von mir, der war leer Ähm Da, hast du 400 Seelen Mach's gut Ähm Die Wölfe, die jetzt alle unter mir stehen Müssen alle tot, damit ich in die Tasche komme Äh, Chris, was wolltest du denn beschwören? Ich glaube, da liegt meine auch da Aber doch, Dali, was bleibst du hier rumstehen? Was hast du denn beschworen? Wir haben jetzt Raptor und ein Sabertooth Hä? Dann beschwöre ich bin ein Wolf Zack Na, denk dran, Wölfe soll doch nicht so gut sein Ja, passt schon Was, der ist noch Level? Der ist noch Level 50? So, kack Ach, du Scheiße Aber wir sollten gleich nochmal Oh, fuck Fuck, war noch ein Single, die nicht, das war's Du musst raus Ich auch Mach tschüss du Soviel dazu Ist das ein Scheiß Wie kann man denn da auch mal abwürfen Wir schwören Matze, lock die doch mal alle in die andere Richtung Na zumal wir jetzt keine Chance mehr haben Da sind jetzt wieviel Böse drin? Fünf oder so Nein Kann man das denn beschwören hier, das Teil? Wieso, wieviel haben sich denn da äh Auf drei oder vier Wieviel haben sich denn da jetzt Da hat sich da aber nichts gegenseitig gekillt Oh, fuck Der Dodo ist raus Der Dodo ist raus Der Dodo ist raus Nein Der ist hier Der ist hier irgendwie über die Mauer Der kann über die Wände laufen Alter Ja, ich glaube, damit hat sich das gerade erledigt hier Damit verabschieden wir uns Lauf, lauf, lauf Der bittere Kampf gegen den Dodo Wird aufgegeben Was denn jetzt hier mit den Mit den äh Oh, die stehen ja hinter der Mauer Was ist das? Ein riesen Dodo? Das ist der Dodo Rex Dodo Rex Alter Was ist das? Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Mal wissen, wieviel Life der hat Ich renne mal unter den Beinen, Doys Wow Wie kommt da menschliche Fakten? Aaaaaaah Burning Man Und ein Raptor Der hat Der hat nur 66.000 Life Oh welches Level ist denn der? Nein Ist der gepackt der Dodo Rex oder? Der kann über die Mauern Kommt mal raus da Kommt der Kommt der Kommt der Kommt der Kommt Äh Gabax Du weißt schon, dass hätten wir jetzt alle weg Ja, Sachen sollten die anderen Bosse sind, ne? Ja, Sachen sollten die anderen Bosse sind, ne? Ja, wie soll man da jetzt auf jeden Fall Ich glaube, dass Skorpion gegen die Spinnen sind, aber nicht so gut Der Skorpion noch am Leben hat's, ne? Neb der Skorpion eigentlich noch? Wo denn? Im Gehege drin Da ist Gabax drauf Nein, nein, den hab ich mir gerade geholt Achso Ja Da, Lena, da wo die Blutmutter und der Giga Und der Ding ist Und der Affe Ja, aber Bruder Sicher? Wo du reingehst nach links Ganz hinten im Eck Oder Rishi hatten Ihr könnt fein auf See fahren Ihr müsst euch nur zum Swolski gestellt Der Dodo rekt hier gerade alle Wölfe Äh Echt? Die Wellen fangst du sogar schon wieder von neu an Hier sind sogar Finguine Ja Deswegen kam auch die Deswegen kam auch die Meldung Ja, ich krieg gerade Quarfen jemanden Wie das aussieht Wie das aussieht Der Dodorex ist gleich tot Der wird gerade von den Wölfen zerfetzt Was? Der ist halb live Mann, ich dachte, das ist ein wilder Lupus Ein wilder Lupus? Ne, ein wilder Wolf Deswegen Wenn ein wildes Lupus Aber Wo kommen wir denn die Sättel Für die Tiere? Ja, hab's geschafft Oben Fehlen die da was da drin? Ach ne Oben Anstatt unten die Zogen Blut mal mein Zeugs Ich lieg da bei den Alpha Ich weiß Ich weiß Der Dodorex stirbt Der Dodorex stirbt Ja nicht das was er jetzt hatte Dass er davor hatte Der Dodorex stirbt 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 Geht weg Eben gerade wart ihr noch nicht Ja, ihr ist soweit Wir haben gewonnen Wir haben eigentlich ja nicht Aber ja Wir haben gewonnen Eigentlich waren es die Wölfe Ich jetzt mal mein Zeug wieder Was, die Wölfe haben den Dodorex getötet? Ne, der lebt noch Ne, der lebt noch Ja, irgendwie schon Der lebt noch Was, der Dodorex lebt noch? Ich dachte, ihr kämpft gegen die Ach, ihr seid Helden Von mir gar nicht rein Jetzt ist er tot Jetzt ist er tot Jetzt ist er tot Und ich bin auch weg Ja So, wir haben gewonnen, Leute Sehr schön Dann hat der sich jetzt gesettet Weil das Spiel Ja So gesehen, das Spiel zu Ende ist Ich muss respawnen Ich bin auch gar nicht tot Und jetzt haben wir alle Tiere Nein, nicht nochmal Oh, wir sind einfach Da haben wir das Level behalten Ja, wir haben aber alle Unsere Items verloren, ne? Na Deswegen, wir brauchen Seelen Nur das Level behalten Aber habt ihr eure Dinos jetzt? Also sind die alle weg? Nein, alles weg Alles weg Das Einzige, was jetzt noch da ist Ist das Zeug, was in der Smithfield liegt Sonst ist alles weg Die Taschen doch nochmal auch, oder? Süßi Doch, die Taschen sind auch noch da Tatsache, hier ist noch ein Flakfrau und alles drin Ja Oh, 30 Seelen, cool Und ich glaube, du hast gerade was gespawnt Ja Oh ja Oh mein Gott Oh mein Gott Meine Sachen sind auch weg Achso, weil jetzt die Runde zu Ende ist, oder was? Genau Die fängt jetzt komplett von neu an Und eure Tiere sind auch weg? Ja Ja Ah Ihr könnt jetzt bei den Alpharaptoren reinlaufen, die sind alle auf mir Die backen wir hier Und was haben wir davon? So, dann würde ich aber sagen, an der Stelle mache ich mal bei meiner Aufnahme auch einen Cut Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns zur nächsten Folge, zum nächsten Let's Play wie auch wieder Ja, bis dahin, macht's gut Tschau Tschüss Tschüss Martin 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 Vielen Dank.